In diesem Video teste ich den Korba von Barbell in der Geschmacksrichtung Peanut Butter. Optisch sieht der Riegel aus wie eine kleine Schokoladensüßigkeit, auf der sich gehackte Erdnüsse befinden. In der Mitte des Riegels befindet sich eine Creme und was mich hier doch ein bisschen irritiert, sind die Erdnussstückchen. Bei den anderen Korpas kenne ich, dass nur eine Creme in der Mitte ist. Ich bin mal gespannt, wie die Kombination schmecken wird. Zur Proteinmasse und der Schokolade selber kann man schon mal sagen, dass es sehr schokoladig und auch erdnussig schmeckt. Die Proteinmasse hat eine Zierkonsistenz und die Füllung ist sehr cremig. Vom Geschmack her ist diese allerdings nicht, wie man vermuten würde, Peanut Butter-lastig, sondern schmeckt wirklich mehr nach Karamell und hat einen leicht salzigen Abgang. Es ist jetzt nicht schlecht, aber ich finde, es schmeckt einfach nicht so, wie man es erwarten würde. Im Gesamten dennoch relativ gut, aber wie gesagt, der Kern besteht nicht unbedingt aus Peanut Butter. Und hier ist es nicht nggak wunderbar, weil ich gerade noch ein bisschen so, wie wir jetzt hier führen können weitergegen. Mitutto Technical blabflıyorlar ... ...